Der Lauschangriff. Crypto City, Fort Neat, Arizona, USA. 21.07.2016. Private Mendoza hatte einen Kater. Er war spät ins Bett gekommen, weil er am Vorabend seine Jugendliebe in einer Bar getroffen hatte. Obwohl er wusste, dass er heute bei der NSA Bereitschaft hatte und früh im Büro sein musste, hatte er sich hinreisen lassen, den ein oder anderen Trink mit ihr zu nehmen. Um seine klopfenden Kopfschmerzen etwas zu mildern, holte er sich einen kräftigen Kaffee aus dem Automaten im Flur und ging dann zu seinem Arbeitsplatz, der verloren in der Mitte eines der vielen Großraumbüros lag, inmitten von zig überfüllten Schreibtischen mit Unmengen von Flachbildschirmen und einem stetigen Stimmengewehr, das seine Kollegen um ihn herum verursachten. Missmutig ließ er sich in seinen Stuhl fallen und blickte auf seine Bildschirme, die wie an den etwa 50 anderen Schreibtischen jeweils paarweise aufgestellt waren. Seine Kollegen waren schon seit einer halben Stunde im Büro und sie spotteten über ihn, weil er nicht zum ersten Mal zu spät zum Dienst kam. Wie viele andere war Mendoza damit betraut, Computer in aller Welt nach bestimmten Inhalten auszuforschen, die für das Pentagon von Interesse waren. E-Mails, SMS, WhatsApp, Facebook und Twitter sowie viele andere Internetseiten wurden regelmäßig elektronisch überprüft. Hierzu verwendete man sogenannte Rezeptoren, mathematische Funktionen, die mittels komplizierter Algorithmen die elektronische Kommunikation der Welt zusammenführten und analysierten. Die besten Köpfe der Welt waren hierzu engagiert worden und wurden mit horrenden Summen bezahlt. Es gab einige Stars unter ihnen, die ihr Leben lang nichts anderes getan hatten, als komplizierte mathematische Formeln zu entwickeln, welche auf riesigen Computern noch riesigere Datenmengen in ein auswertbares Volumen umwandelten, um sie für die Herren der Welt verfügbar zu machen. Manche von ihnen waren mit Mitte 30 komplett ausgebrannt. Sie mussten sich in psychiatrische Behandlung begeben und waren für den Rest ihres Lebens psychische Wracks. Viele von ihnen fürchteten diesen Karriereknick, aber immer neue, verlockende Angebote sorgten dafür, dass sie sich scharenweise bewarben. Die besten von ihnen erhielten sogar unaufgefordert lukrative Angebote, die es ihnen ermöglichten, schon in jungen Jahren zu sehr viel Geld zu kommen. Vor dem Gebäude von Crypto City versammelten sich Luxuskarossen aller Marken. In den Kantinen wurde das beste Essen serviert. Die Arbeitsplätze waren mit Denkerzellen, Ruhebereichen, Relaxzonen, Schwimmbad, Sauna, Fitnessraum, Massage am Arbeitsplatz und allem erdenklichen sonstigen Luxus ausgestattet. Die Vorgesetzten waren angewiesen worden, die Marotten der Stabprogrammierer zu dulden, solange sie verwertbare Ergebnisse ablieferten. So war es möglich, dass einige von ihnen spät kamen und früh gingen, andere aber unter der Arbeitsbelastung, den extrem hohen Anforderungen und dem Konkurrenzdruck schier zusammenbrachen. Mendoza gehörte nicht zu den Stabprogrammierern. Er war strafversetzt worden. Gemeinsam mit seinen Kollegen im Großraumbüro reduzierte sich seine Aufgabe darauf, die langen Listen durchzugehen, die die Rezeptoren auf den Druckern über Nacht ausgeworfen hatten und zu überprüfen, ob neue gefährliche Inhalte über das Internet oder über das Darknet verbreitet worden waren. Dementsprechend niedrig war auch sein Gehalt. Das wiederum führte dazu, dass er ständig unzufrieden und unausgeglichen war und am liebsten den Job quittiert hätte. Aber er brauchte das Geld, weil er aufgrund erfolgloser Börsenspekulationen in der Vergangenheit hoch verschuldet war. An diesem Morgen ließ er sich also in seinen Bürostuhl fallen und überflog missmutig die Listen. Plötzlich blieb sein Blick an einem rot markierten Eintrag hängen. Alle Teilnehmer und Internetbeiträge, die bislang nicht erfasst oder ausgewertet wurden, wurden rot markiert. Er verglich die ausgedruckte Liste mit den Bildschirmen, die auf seinem Schreibtisch standen und fand das. 21.07.2016 Das war genau das, was Mendoza an diesem Morgen nicht gebrauchen konnte. Erst letzte Woche war ihnen allen in der regelmäßigen Sicherheitssitzung eingeschärft worden, dass aufgrund der politischen Großwetterlage innerhalb der kommenden Tage und Wochen mit neuen terroristischen Anschlägen zu rechnen sei. Hiervon sei nicht nur der Nahe Osten, sondern auch Europa und die gesamte westliche Welt betroffen, weswegen eine neue Rezeptorenliste installiert worden sei. Insbesondere die neuralgischen Punkte in Syrien und im Westjordanland sowie die neu aufflammenden Unruhen in der Türkei und in Südosteuropa seien im Fokus der Ermittlungen. Jede einzelne Meldung müsse unbedingt den Vorgesetzten sofort und ohne Aufschub gemeldet werden. Der Eintrag InstallBot wies alle mit der Auswertung Beauftragten an, dass auf den Computern und Servern unmittelbar und ohne Aufschub ein sogenannter Robot installiert werden müsse, sofern dies in der Vergangenheit noch nicht automatisiert geschehen sei. Der Robot werde, wie allgemein bekannt, den Datenbestand des oder der Infizierten zunächst nach weiteren kritischen Begriffen scannen und bei positivem Ergebnis den kompletten Datenbestand auf die Server der NSA downloaden. Das bedeutete für Mendoza alles das, was er scheute. Den unmittelbaren persönlichen Kontakt mit seinen Vorgesetzten, die Überprüfung des Erfolgs und der Effektivität seiner Arbeit, viel Stress für die nächsten Stunden und unter Umständen ein verdorbenes Wochenende, falls er nicht pünktlich mit den angeordneten Maßnahmen fertig sein würde. Das Leben war einfach hart und ungerecht zu ihm. Er seufzte, nahm den Hörer des Telefons in die Hand und rief seinen Vorgesetzten an.